ja freunde herzlich willkommen zurück auf meinem kanal zu einer neuen folge von trove und einer prime world adventure portal natürlich müssen wir so lange weitermachen bis wir die elite world erreichen können und zwar ist das eine lila ein lila portal was wir dann glaube ich hier finden sollten round world prime world ich muss mir alles ein bisschen rein fitzen ich habe noch keine ahnung wie es mit dem kraften ist und sowas und prime cursed irgendwo gibt es ja auch elite ich glaube die gibt es ganz oben oder gibt es hier schon schon mal prime round naja hier nicht körperlich ganz oben ja hier ist purple 5000 brauchen wir da ach du scheiße so kommen wir gleich mal bei u1 rein da kann man ein bisschen weitermachen also ich habe keine ahnung mal schauen erst mal durch was wir nicht mehr brauchen und zwar brauchen wir nicht nicht mehr das weg das weg shapestone da ist weg 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 so ich muss gleich mal ich muss mal in ruhe schauen wie man hier kraften kann sodass das ok das sieht schon gut aus hauen wir uns das mal rein gut attack speed weg mushroom jetzt habe ich wenigstens mal rausgefunden was kann man eigentlich alles verkaufen oder kann man das überhaupt verkaufen ich weiß es nicht wir gehauen es einfach weg was schlechter ist das kann weg das kann weg das kann weg beş oder auch oder ich weiß das kann weg das kann weg aber Das hauen wir mal weg. So, das hauen wir weg und das hauen wir weg. So, mal schauen wie man hier craften kann. Oh, das wollte ich nicht. Ähm, Trophies, Clubs, Charactersheet. Weapon Phase, Banner, Alley. Welcome, Map, Cornerstones, Store, Marketplace. Store, schauen wir mal. Okay, Customs brauche ich nicht, Marketplace. Kann man sich ja tauschen oder sowas. Reach Mastery Rank 10. Ah, okay, ich brauche Rang 10 um den Dings her. Okay. Hoppala. Ich habe keine Ahnung, wie man craftet. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Da muss ich mir mal ganz in Ruhe mal drüber einlesen, wie man craftet. Und dann werden wir es mal probieren. Aber zuerst Dungeon, Dungeon. So, da oben die große. Da gehen wir mal hin. Die große Dungeon. Die kann ich nicht gebrauchen. Und meine Neonite Blade, das sieht schon gut aus. Oh Gott, die sehen alle aus wie so eine Kuchenschädel. Mal schauen, wo wir jetzt hin müssen. Müssen wir da hoch? Nee. Oder? Aber wir müssen in die Richtung. Ja. Habe ich schon richtig gehockt. Müssen wir jetzt wieder runter. Nichts für dich, mein Kleiner. Da ist der Eingang. Ah, jetzt habe ich ihn ja gefunden. So, dann schauen wir noch mal gleich, ob wir irgendwas finden, was ein bisschen mehr Kraft bereiten könnte. Okay. Uh oh. 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 Na ja. Nicht gerade interessant, was wir da gebrauchen könnten. Schauen wir mal, was ganz oben ist. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und ich bin tot. Ich bin tot. Das gibt es ja nicht. Wie kann denn sowas passieren? Schauen wir mal, ob jemand kommt und mir hilft. Na, mir kann keiner helfen. Scheiße. Verdammt, was ist denn das hier eigentlich? Teleporte random player in the same world. Hold to toggle allowing players to teleport you. Okay, da kann man also mit Kollegen in eine Welt gebannt werden, also teleportiert werden. Genau, hier war das ja Barbershop. Da, ein neues Crafting Bench und wie. Ah, jetzt habe ich genau das. Ah, super. Geil. Geile Sache. Okay, Freunde, alles klar. Und wie diese Crafting Bench funktioniert, sehen wir natürlich in den nächsten, Freunde. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, gib mir einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.